Ja, ich würde mal sagen, frohe Weihnachten, es ist der 24. September 2000, September, bin ich bescheuert, Dezember natürlich, ja, es ist Heiligabend und ich muss sagen, du hast echt nichts besseres, ein Heiligabend, mir meine Videos reinzuziehen, nein Spaß, natürlich freue ich mich, ja, Weihnachten, ach ja, so schnell ging das ja rum, und immer noch ganz leicht erkältet, und, ja, oh, was, wer Bruce Lee, wer ist bitte? Ah, Partner vom Spieler, ich habe eben schon gedacht, hä, ja, wieder 2013 ist rum, ist sehr viel geschehen eigentlich dieses Jahr, Klimaerwärmung konnten wir leider nicht aufhalten, mal sehen, ob wir das nächstes Jahr schaffen, das glaube ich aber ehrlich gesagt auch nicht, Hm, sieht nicht alt, halt, äh, 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 oh, schau an, Darkone LP, Ja, jetzt kommen sie doch, hier würde ich mal sagen, spielen zwei im Clan, der Lümmelmann und der Riqui, was? Resuit 9, oder Resuit 9, weiß nicht, wie das ausgesprochen wird, Overflow, Ähm, hallo, COD, hallo, Ah, ich glaube, das Spiel ist abgekackt, aber ich höre noch die Musik, Ah, das ging schnell, heute mal übrigens ohne den Herr DreamTax, ich habe mit dem, hatten wir eine Gaming-Nacht gemacht, das machen wir, äh, so ein, zwei Mal im Jahr, Scheiße, war das geil, Ah, ich hatte noch nie so viel Spaß bei GTA Online, der hat nämlich seinen Rechner und seine PS3 zu mir gebracht, Und wir haben dann von 6 Uhr morgens bis 10 Uhr, äh, 6 Uhr abends bis 10 Uhr morgens einfach mal durchgezockt, Aber, Och Gott, bin, was, 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 äh, äh, Ich nehme extra morgens auf, damit die anderen nicht so gut sind, aber, Ja, man merkt, Ich bin Pro-Gamer. Also, dass ich dieses Spiel richtig gut spiele, Ich glaube, da kriegen, Ah, vergehen Jahre. Gebt Psycho, Psycho, Hm. Das ist das Blöde bei so einem, man weiß nie, wie sie ausgesprungen werden, entweder Psycho oder Psycho. Psycho. Ah, der liegt da, ich habe ihn gerade noch gesehen. Schon wieder der. Läuft nicht so geil heute. Ach, was ist. Immerhin. Achtung, feindliche Vorräte unterwegs. Hallo. Kommt, es ist Weihnachten, beschert mir doch auch ein schönes Geschenk. Community-Freude und so. Feindlicher Hunter-Killer-Drohne unterwegs. Ich muss, äh, heute ist ja, wo der, wo ich aufnehme, ist der 23., also einen Tag später, äh, früher. Und, äh, das mache ich zwar, weil ich halt nicht an den Feiertagen, wo ich mit Family und so, äh, to go bin, möchte ich nicht, äh, halt aufnehmen. Das ist halt nicht so schön an den Feiertagen. Genauso wie an Silvester. Die ganzen Feiertage möchte ich einfach nicht aufnehmen. Ich glaube, das kann man verstehen. Deshalb nehme ich im Voraus auf und versuche alles auf einem Tag hochzuladen. Heute ist der 23., ich weiß nicht, wie ich sieben Folgen hochladen soll. What the hell? Tja, scheiße, wenn man da steht. Dankeschön. Nein. Ja. Glück gehabt. Beide liegen. Haben wir synchron fliegen, oder was? Nein. Drei Leute kommen da rausgeschossen, dann wäre ich so oder so irgendwann gestorben. Ach, komm. Warum spielen die alle mit so einer kleinen Pistole? So, den Psycho habe ich erledigt. Ich glaube, ich renne mal lieber mit denen hier rum. Ah, ich habe ihn... Ah, ja. Mist. Achtung, feindliche Fernlenk-Ladung entdeckt. Mh, mh. Hallo, renn doch. Ah. Ah. Karriereabschüsse. Tausend... Stück. Oh, dankeschön. Keine Ahnung, wer das war. Irgendein Spieler von mir. Beziehungsweise von meinem Team. So schnell geht das. Ist halt scheiße, wenn man hinter sich niemand sieht und dann... Aaaaah. Nein. Ja. Oh, Mann. Warum schießt denn auf mich, du Hirn? Nein, das wäre so schön gewesen. Ah, husten. Nein. Schlechte Leistung. Missionsprofil gescheitert. Ja. Ja. Das war so scheiße. Oh. Äh, was? Beste in der Gruppe. Wui. Gut. Das war dann die Weihnachtsfolge. Ist leider nur 8 Minuten. Entschuldigung. Aber... Ja. Ist halt Weihnachten, ne? Gammeln mit deiner Familie schön rum und dann hat sich die Sache. Da. So. Ja. Gut, gut. So. Vielen, vielen Dank, dass du dir das Video angeguckt hast. Äh, bin ich sehr dankbar natürlich für Kommentare. Bin ich natürlich auch relativ offen, sag ich mal. Äh, äh, du kannst bei mir mal bei, äh, auf meinem Hauptkanal bei YouTube halt vorbeigucken. Twitter oder Facebook, da bin ich auch vertreten. Mittlerweile auch Google Plus, das ist jetzt hier gerade nicht eingeblendet. Der Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Ähm. Ja, was gibt's noch zu sagen? Nichts, einfach nichts. Gut. Wir sehen uns vielleicht bei einem neuen oder beim nächsten Video von mir. Äh, äh. Vielen Dank.